Hi, hier sind Tobi und Brian von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns die Konjunktionen im Englischen genauer an. Da zwischen neben- und untergeordneten Konjunktionen unterschieden wird, sehen wir uns zunächst die nebengeordneten Konjunktionen an und dann die untergeordneten. Hierfür sehen wir uns jeweils die Verwendung mit einem Beispiel an und dann die zehn häufigsten Konjunktionen jener Art. Untergeordnete Konjunktionen sind die Konjunktionen, die entweder zwei Hauptsätze oder zwei Nebensätze miteinander verbindet. Ein Beispielsatz dafür ist Die am meisten verwendeten untergeordneten Konjunktionen sind im Englischen ebenfalls auch und aber entweder oder weder noch jedoch aber for denn weil oder beziehungsweise so also damit therefore Daher demzufolge Hingegen sind untergeordnete Konjunktionen die Konjunktionen, die einen Nebensatz einleiten, wenn dieser zusammen mit einem Hauptsatz steht. Ein Beispielsatz dafür ist If it's rain, I will learn English Hierbei sind die zehn häufigst verwendeten Konjunktionen im Englischen after danach because because weil if wenn since seit da denn until bis in Klammern das as als wie da that das damit so that so das where wo when wenn als während Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.